Zeit ist... ... ... ... ... ... ... Liebe Zuschauer! Hallo, Eishockey-Freunde! Herzlich Willkommen zum heutigen Spiel Das hat der Zeichwort in der Oli steht. Herzlich willkommen zum heutigen fünften Playoff-Viertelfinal-Spiel der Deutschen Eichsburg-Liga. Herzlich willkommen zum Spiel der Eichsbären Berlin gegen die Grizzlies Wolfsburg. Unseren Gästen aus Wolfsburg, herzlich willkommen bei der Mercedes-Benz Hattel und Berlin. Wir begrüßen an dieser Stelle, wie immer, ganz ganz herzlich die Freunde, Förderer und Sportzüge. Herzlich willkommen bei der Eichsbären Berlin. Herzlich willkommen bei der Eichsbären Berlin. Hallo, schön, dass ihr da seid. Dankeschön für Sonntag. Und natürlich auch Dankeschön für alle, die am Mittwoch mit dabei gewesen sind. Machen wir's heute. Machen wir's heute. Go, go, go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Dankeschön. Und natürlich auch bei Klassik, die kommen alle Käschen hier auf der Strafkonzern, 3, 2, 1, hey! Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Spielen, dass wir mit euch auf allen Gästen und allen Fans hier auf der Spielervollseite sind. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, hey! Auf jeden Fall viel Spaß, dass wir mit euch auf allen Gästen im DG-Block, im Supporter-Klack-Block, im Kusenwasch-Block, im Heißberg-Block und natürlich allen Fans hier in der Gruppe. Rein in diese Dame! 3, 2, 1, hey! Auf jeden Fall viel Spaß, wir haben eine ganze Menge an den Tag viel vorbereitet, aber wir kommen natürlich an dieser Stelle erstmal zum offiziellen Teil. Hier ist die Aufstellung unserer Gäste, hier ist die Aufstellung der Grizzlies aus Wolfsburg. mit der Nr. 37, 3, 2, mit der Nr. 29, 2, Stark. Mit der Nr. 2, Georgie Dana, mit der Nr. 3, Jimmy Scherro, mit der Nr. 8, Horst Rangert. Die Nr. 9, Jeff Liglitz, mit der Nr. 11, Red Long, mit der Nr. 12, Arnie Woh, mit der Nr. 7, 10. Sebastian Purschmann, mit der Nr. 80, das ist die Publikste, mit der Nr. 21, Christophon, mit der Nr. 12, Alexander Karak, mit der Nr. 26, Christophon, mit der Nr. 27, Conor L, mit der Nr. 28, Robert Minner, mit der Nr. 53, Alexander Reis, mit der Nr. 24, Björn Rupp, die Nr. 60, Clint Liefers, und mit der Nr. 18, das Programm. Ja, das hat sich auch für unsere Gäste, der für das heutige Spiel. Wir sind heute gestern, Sie haben natürlich auch jetzt wieder die Möglichkeit mitzumachen, bei unserem Live-Tipp, das ist ein Tipp von Bebasso, wir haben außerdem hier für Sie auch heute getragen, wie der Nr. 20, weißt du, das gibt besser und gut, wie der Colossus, der Nr. 20, und wir haben natürlich auch heute, wie immer, DAS! 05, 10, clinton, mit der Nr. 36, 67, got within 7, 21, 11, 12, 19, 19, 20, 21, 8, Marsalus, und bei unserem path mejorar und beeinträchtig angepasst. Und er hat die Lima-Raze runtergeht. Und er hat die Lima-Raze runtergeht. Und die Lima-Raze, der Gingel ist bei der Haltung schlägt. Alle! Alle! Hey! Ihr wollt mir etwas verdreht. Oh, oh, oh! Hey! Wir wollten alles fest sehen! Oh, oh, oh! Wir haben uns ein Leben, umgekehrt! Wir haben uns nicht alles gehört, so gern! Wir haben uns nicht alles gehört, so gern! Wir haben die Eisbärme. Wir begrüßen uns gemeinsam an dieser Stelle die Vize-Meister der Deutschen Nachwuchsliga und der Schüler-Bundesliga. Hier sind sie, die Eisbärme, Junior! Wir haben die Eisbärme. So, wir hören uns wieder zu einer ganz erfolgreichen Nachwuchs-Kommentation der Grünen und ich denke mal, jetzt geht es ab und läuft in die Probe und fröhnt euch euren Beifer. Wir sind die Eisbärme. Wir sind Beuger Hauptstadt. Wir Bauern! Wir fahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Die Nummer 19, Reggie, die 39, Marvie, die 29, Jens, die 24, Kapitän Adolfi, die Nummer 7, Frank, die Nummer 18, Jonas, die Nummer 6, Kai, die Nummer 15, Charly, die Nummer 10, Mika, die 7, 17, Daniel, die 19, Mark, die 6 und Die Nummer 15, Marty, mit der Nummer 9, Danny, die 61, Sean, mit der 18, James, die Nummer 17, Jamie, mit der Nummer 8, Nick, die 7, die 21, Louis, Mark, mit der 21, Marce, und die 21, Marce, und die 21, Mika, die Eisbär. Applaus 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 Hallo und alle, wieder ein herzliches Willkommen in der Mercedes-Benz Arena zu übergeben und an der Folge eines Abzielen. Der Fokus-Spiel, die die Grizzlies, der Fokus-Fokus heute gebracht hat von Uli Vagbini. Die Reisler, die 1980-Kleinheber, das war der Großbildi, großzügige Unterstützung. Liebe Sturm, wir kommen in den Stopping Group zur Starting Fix bei der Liebsten, die wir im Komp-Eisgert-Sturm der Gaza. Wir beginnen mit der Start-ups unser Gäste aus Brotsburg. In der ersten Teilhöhung der Nummer 3, J.B. Sherryl, an seiner Seite die Nummer 44 Einfragengruppen. Der erste Sturm, unser Gäste, mit der Nummer 11, Renko Borg, an seiner Seite der Städte, der erste Reihe, Nummer 18, Steve Dixen, und er hat mit dem ersten Sturm, der Mark G, Nummer 17, Sebastian Torchner. Den Tor, unser Gäste, mit der Nummer 35, Jaren Kuhn, an der Mark, unser Gäste, Fabel Kroos. Und jetzt ist der Vipsigster, Eisbär! Der erste Sturm, der erste Reihe, Nummer 9, Jenny, an seiner Seite, die Nummer 20, Vicky, der erste Sturm, der erste Reihe, Nummer 18, Louis Mann, und der dritte, der erste Sturm, der Kapitän, die Nummer 24, André, dem Tor will Eisbär die 31, Petty, Demirat, Mann, derードle Eisbär, Steffel, Wichter, оч. Und Chefcoach Uwe, hoch, die starting 60, Eisbär!